Was geht ab, Media Heroes? Willkommen zu einem brandneuen Video. Heute probieren wir mal ein neues Videoformat aus. Und zwar will ich mit euch über persönliche Finanzen sprechen und darüber, wie ich mein Geld investiere und warum ich das so unglaublich wichtig finde und in letzter Zeit so viel drauf rumreite. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal los und ich zeige euch anhand von ein paar Beispielen. Erstens, warum finde ich das so wichtig? Was bedeutet Geld eigentlich für mich? Also warum ist es wichtig, möglichst früh sich um seine privaten Finanzen zu kümmern? Und dann gehe ich ganz kurz darauf ein, wie ich mein Geld anlege. Und wir schauen uns anhand von einem Beispiel, wie ich zum Beispiel in ETFs investiere und welche Tools ich dort nutze. Ganz wichtig vorab, das ist natürlich keine Finanzberatung, sondern das ist einfach nur ein Beispiel. Und soll ich als Inspiration dienen, dass ihr vielleicht eure eigenen Finanzen etwas mehr unter die Lupe nehmt und euch vielleicht mehr Gedanken darüber macht. Also, wir starten los. Und zwar, ich habe auf meiner Homepage auch schon den ein oder anderen Artikel zu diesem Thema geschrieben. Ganz erst, als erstes, warum ist für mich persönlich Geld in dem Sinne wichtig? Es ist nicht wichtig, dazu habe ich auch hier ausführlich was geschrieben, weil ich mir irgendwelche Konsumgüter kaufen will, weil ich mir eine Villa kaufen will, weil ich ein dickes Auto haben will. Ich verdiene als Arzt ganz gut, aber ich habe immer noch kein Auto. Ich mache keine unglaublich teuren Urlaube, sondern es ist für mich einfach wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, jederzeit zu tun, was ich möchte. Geld ist für mich bis zu einem gewissen Grad gleichgesetzt mit Freiheit. Ein Beispiel wäre, ihr geht in ein Bewerbungsgespräch rein und ihr findet es einfach zum Kotzen. Der Chef sagt, ihr bezahlt keine Überstunden, es gibt massig Überstunden, die anfallen gleichzeitig. Es gibt viel Stress und ihr seid aber so unter Druck, dass ihr überhaupt eine Stelle bekommt, dass ihr euch gezwungen fühlt, fast schon die Stelle anzunehmen. Oder auf der anderen Seite, ihr habt eine Stelle angenommen, ihr arbeitet und irgendwann ändert sich alles so, dass ihr das einfach gar nicht mehr möchtet. Ihr sagt halt, okay, unter diesen Bedingungen will ich gar nicht mehr arbeiten oder mir macht meinen Job überhaupt keinen Spaß. Und in diesem Augenblick ist es wichtig, dass man ein gewisses Puffer hat, sodass man dann in dem Augenblick sagen kann, okay, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze und ich kann auch wirklich gehen und ich habe genug Puffer, um diese Zeit zu überbrücken. Das ist, mal grob abgerissen, der Grund, weshalb ich es unglaublich wichtig finde, dass man mit seinen Finanzen sich auseinandersetzt. Natürlich, Altersvorsorge und Co. kommt auch noch dazu. Das heißt, ihr solltet euch früh genug Gedanken drum machen, dass ihr im Alter dann genug Geld habt. Und es ist tatsächlich so, ihr könnt, wenn ihr früh genug damit anfangt, sehr, sehr locker in eurem Leben Millionärer werden, vor allem, wenn ihr später als Ärzte arbeitet. Aber es funktioniert auch für andere Leute wie für Krankenschwestern und Co. Also es ist durchaus möglich. Ihr könnt alle theoretischen Millionäre werden, wenn ihr früh genug damit anfangt und das Ganze schlau angeht. Warum sage ich früh genug anfangen? Da gehen wir auf so einen genannten Sparrechner. Ich packe euch alle Links auch rund in die Beschreibung. Das ist zinsenberechnen.de und slash Sparrechner. Ich will euch einfach mal ein Beispiel zeigen. Sagen wir mal jetzt mal eine fiktive Zahl. Ich habe jetzt 500 Euro Sparrate gesetzt. Jeden Monat 500 Euro zurücklegen. Das werdet ihr, das könnt ihr schaffen sogar als Studenten, aber das könnt ihr auch später als Ärzte locker stemmen. Und als Ärzte würde ich sagen, ihr könnt da viel, viel, viel mehr an Sparrate stemmen. Aber jetzt mal, sagen wir mal 250 oder 500 Euro, fangen damit an. Dann ungefähr ein Zinssatz, den ihr über viele, viele Jahre erwarten könnt bei ETFs. Bei 15 Jahren plus Anlagehorizont sind 7%. Und jetzt sagen wir mal so, wir machen eine Ansparrate von 5 Jahren erstmal. Und gucken uns an, was kommt dabei raus. So, dann haben wir ein Endkapital von 35.800. 30.000 hättet ihr selbst eingezahlt und 5.800 hättet ihr an Zinsen bekommen. Jetzt werdet ihr den Effekt sehen, warum ich sage, möglichst früh anfangen. Es geht um den Zinseszinseffekt. Jetzt gehen wir auf 10 Jahre hoch und drücken auf Berechnen. So, jetzt sind wir schon bei 86.040 Euro. Ihr habt 60.000 eingezahlt. Ihr habt 26.000 Euro an Zinsen erhalten. Okay, es ist schon deutlich, deutlich mehr vom Prozentsatz von Zinsen von dem, was ihr eingezahlt habt. Jetzt spielen wir das Ganze weiter durch. Und wir gehen auf 15 Jahre. Und jetzt haben wir 90.000 eingezahlt. 66.000 Zinsen und 156.000 Endkapital. Und jetzt kommt die nächste Stufe. 20 Jahre. Und da sind wir jetzt. Jetzt kommt dieser Wendepunkt. Wir sind bei 255.000. Wir sind bei 120.000 Einzahlungen und 135.000 Zinsen. Und das ist genau das, was ich meine. Je länger ihr das Geld anlegt und je länger ihr spart, desto mehr greift dieser Zinseszinseffekt. Jetzt kann man nochmal weiterspinnen auf 30 Jahre zum Beispiel. Da wären die Leute ungefähr 50. Dann wärt ihr bei über einer halben Million. Wenn ihr mit 20 anfangen, wärt ihr ungefähr bei 50 Jahren. Demnach bei einer halben Million. Und da habt ihr gerade mal, gerade mal 180.000 eingezahlt. Und habt 408.000 Euro in Zinsen bekommen. 40 Jahre. Machen wir es nochmal ein bisschen extremer. Hier haben wir jetzt schon über eine Million. Wir haben 240.000 eingezahlt. Und über eine Million an Zinsen bekommen. Und wie gesagt, ihr werdet als Ärzte, es geht darum, einfach nur anzufangen. Ihr könnt auch mal mit 25.000, mit 25 Euro sogar im Monat anfangen. Oder mit 100 Euro. Sagen wir mal, man fängt mit 100 Euro an. Man kann hier eine gewisse Dynamik zum Beispiel auch einstellen, dass ihr sagt, okay, jedes Jahr will ich 5% mehr einzahlen. Und das auf die nächsten 20 Jahre zum Beispiel. Und so könnt ihr das ganz verschiedene Szenarien durchspielen und gucken, wo ihr rauskommt. Das ist ein sehr, sehr cooles Tool, wie ich finde. Man kann es auch umgekehrt nochmal durchrechnen, dass man sagt, okay, wie viel Prozent an Zinssatz brauche ich, um auf einen bestimmten Betrag über bestimmte Anzahl an Jahren zu kommen. Oder wie viel muss ich monatlich sparen, um einen bestimmten Betrag zu kommen. Hier könnt ihr das alles wunderbar durchspielen und durch ausrechnen, wie ihr schnellstmöglich zu eurer finanziellen unabhängig gelangt. So, dass ihr immer die Freiheit habt zu tun, worauf ihr Lust habt. So, das ist das erste Tool, was ich genutzt habe, um mir auszurechnen, wie ich meine finanziellen Ziele erreichen kann. Jetzt, nächster Punkt. In diesem Artikel habe ich auch mal ganz kurz mich dazu geäußert, wie meine Aufstellung bezüglich Investitionen ist. Meine Investment Allocation, die hat sich ein bisschen geändert im Verhältnis zu diesem Artikel jetzt, aber sie ist immer noch sehr ähnlich. Was hier dazu gekommen ist, sind nochmal Kryptowährungen. Also, ich hatte schon mal Kryptowährungen, ich bin aber wieder drin, weil ich zwischenzeitlich mit mehreren hundert Prozent verkauft hatte. Und das Geld reinvestiert habe in etwas sicherere Assets. Also, bei mir ist es so, ich fahre ein sehr risikoreiches Portfolio, deshalb ich rate auch keinem, das so per se nachzuahmen. Ich werde euch ein paar Bücher nennen, die ihr zum Beispiel nehmen könnt, um euch mehr weiter zu informieren. Aber das ist jetzt meine Forschung von dem, wie ich das Geld anlege. Vor allem, es geht hier hauptsächlich bei den meisten Sachen um Risiko im Sinne von, wie stark schwingt das Ganze, der Kurs nach oben und unten. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man auf das Geld plötzlich angewiesen sein könnte. Wenn es einem nicht so wichtig ist, dann kann man eine höhere Risikostrategie jetzt im Sinne dieser Ab- und Aufschwinge fahren. Ich persönlich fahre jetzt in diesem Fall 87% Aktien, 5% P2P-Kredite, 2% Crowdfunding und 6% Lego. Also, ich investiere in Aktien, hauptsächlich in ETFs. Da schauen wir uns gleich am Beispiel nochmal ganz genau an, was ich da mache. Ich investiere in P2P-Kredite. P2P-Kredite sind Peer-to-Peer-Kredite. Das bedeutet, dass ich Geld über eine Plattform, die nennt sich Bondora, das habe ich hier unten beschrieben, in einen Fonds investiere, der Geld an Privatpersonen verleiht. Es gibt die Möglichkeit, das auch direkt an diese Privatpersonen oder Institutionen zu verleihen. Dann ist es aber meistens so, dass man das Geld nicht so schnell rausbekommt. Ich persönlich mache das so, dass ich in diesen Fonds investiere, sodass ich das Geld meistens, genau, also schnellst abziehen kann. Und habe einen quasi gesicherten Zinssatz bis zu 6,75% pro Jahr. Die Zinsen werden jeden Monat ausgezahlt. Und das nutze ich jetzt schon seit ein paar Jahren, Bondora. Und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Wenn ihr Bock habt, ich verlinke euch das alles unten auf den Artikel. Ich habe einen genauen Artikel dazu geschrieben. Dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und es gibt auch ein Startguthaben über meinen Link, wenn ihr da drauf Bock habt. Da könnt ihr dann direkt das Ganze auch mit diesen 5 Euro ausprobieren und gucken, ob es euch taugt oder nicht. So, das nächste ist Crowdfunding. Da bin ich relativ neu dabei. Aber beim Crowdfunding ist das so, dass ich über Crowdesto investiere. Da kann ich die Plattform ganz kurz zeigen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Investieren gehen. Und da gibt es verschiedene Projekte. Das sind Hochrisikoprojekte. Das muss man sagen. Also ihr seht, die Zinsen sind 26%. 26%, gibt es auch viel hier, 18%, 36%. Und dann kann man das zum Beispiel über Laufzeiten von 12 Monaten, manchmal von 3 Monaten und Co. investieren. Das probiere ich aktuell aus. Habe bisher ganz gute Erfahrungen mit. Aber ich will dazu auch jetzt erstmal noch nichts groß sagen. Ich konnte mir da jetzt noch keine richtige Meinung zu bilden. Und als letztes Asset ist Lego dabei. Da habe ich auch einen ganz genauen Artikel dazu geschrieben. Genau, könnt ihr euch anschauen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach auf mischakotleer.com gehen und euch die Artikel mal reinziehen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Verspricht auch sehr, sehr hohe Renditen. Aber man muss das Ganze auch, man muss sich wirklich genau informieren. Und man muss schauen, dass man das Ganze richtig lagert und Bock haben, das Zeug auch zu verkaufen. Die einfachere Möglichkeit, Geld zu investieren, ist mit einem ETF-Portfolio. Ich zeige euch jetzt meins, aber ich werde auch im Verlauf mal ein ETF-Portfolio vorstellen, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt von 0 beginnen würde zum Beispiel. Also, bei mir ist es so, dass ich einen Aktien- und ETF-Sparplan habe. Und das unterteilt sich wie folgt. Ich habe hauptsächlich ETFs, insgesamt 3, 6 Stück. Und ich investiere auch noch zusätzlich in eine Einzelaktie, das ist Fresenius. So, wie habe ich das Ganze aufgestellt? Und ganz grob mal zu meiner Strategie, jetzt ohne da wirklich ins Detail irgendwo zu gehen. Ich versuche schon, die ganze Welt abzudecken. Allerdings setze ich einen deutlich stärkeren Fokus auf die USA. Und ich erhöhe das Risiko, wodurch sich quasi der Schwung nach oben und unten erhöht, aber auch potenziell die Rendite, indem ich USA übergewichte, indem ich Technik übergewichte und indem ich Small Caps übergewichte und auch noch mal etwas einen Fokus darauf setze, dass ich die Emerging Markets übergewichte. Also, ich habe hier eine ganz genaue Aufstellung noch davon, wie das Ganze aussieht. Hier sind im Endeffekt diese ganzen ETFs noch mal aufgeführt, auch mit ihren E-SINs, also mit den Nummern, mit denen ihr die suchen könnt. Und auch die Broker habe ich dazu angegeben, wo ich das aktuell bespare. Das hat den folgenden Grund, dass diese ETFs sind bei diesem Broker, zum Beispiel in dem Fall Trade Republic, aktuell sind die kostenlos zu besparen. Genauso wie zum Beispiel S&P 500, das ist aktuell ein Aktions-ETF bei Comdirect. Deshalb bespare ich ihn dort. Ich ändere nicht meine gesamte Strategie, aber die Zusammensetzung von meinem ETF-Sparplan zum Teil von Jahr zu Jahr, sodass ich halt mehr darauf setze, dass ich möglichst kostenfreie ETFs nehme. Das nächste, worauf ich sehr viel achte, ist, ob die ETF Distributing sind oder Accumulating. Das bedeutet, ob sie ausschüttend sind oder ob sie akkumulierend, also thesaurierend sind. Ausschütten würde bedeuten, es wird eine Dividende ausgeschüttet und die muss dann aber auch versteuert werden. Ihr habt einen gewissen Freibetrag von 801 Euro. Wenn das Ganze thesaurierend ist, dann wird die Dividende direkt reinvestiert und es fallen bei euch keine extra Steuern nochmal an. Der Unterschied zwischen thesaurierenden und ausschüttenden ETFs ist aktuell mittlerweile ziemlich stark zurückgegangen durch diese Vorabpauschale, die man jährlich zahlen muss. Da hat man ein bisschen das Ganze ausgeglichen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ein kleiner Vorteil noch bei thesaurierenden ETFs besteht, langfristig auf den Zinseszinseffekt. Es ist einfach nur davon abhängig, was man nimmt von seiner eigenen Strategie. Also will man irgendwann von Dividende vielleicht leben und auf der anderen Seite davon, was man für ein Typ ist. Will man, dass es jeden Monat in der Kasse klingelt und das einen einfach dadurch motiviert? Das kann auch ein Grund sein, damit man einfach dranbleibt oder ist es einem völlig egal? Zusätzlich kommt dazu, wenn ihr den Freibetrag, den ihr jährlich habt, von 801 Euro nicht ausnutzt noch, dann kann es Sinn machen, erstmal in ausschüttende ETFs zu investieren, bis man das Ganze ausnutzt und dann erst auf thesaurierende ETFs umzusteigen. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich durch Bondora Go & Grow, durch das Produkt, meinen Freibetrag ausnutze, bin ich umgestiegen auf hauptsächlich thesaurierende ETFs. So, so sieht das Ganze aus. Ich habe diese sechs ETFs, also Core MSCI World, damit decke ich so ziemlich die ganze Welt ab. Das hat ein großes Gewicht auf den USA auch schon. Dann habe ich ein Emerged Markets ETFs, also das sind die Schwellenländer. Ich habe zusätzlich ein Euro-Stock ETFs, das deckt den Euro-Raum ziemlich stark ab. Das habe ich mit reingenommen, weil ich sehr viel in den USA drin bin, mit Nasdaq und S&P 500, damit ich so ein bisschen noch meinen Ausgleich schaffe. Und durch Nasdaq, da sind die 100 größten Titel der Technologiebörse aus den USA mit drin. Und genau, S&P 500 habe ich auch noch mal mit dabei. Zu Fresenius will ich gar nicht groß eingehen. Da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, einfach den Artikel mal durchlesen. Hier ist auch ein langer Kommentar. Da hat mir jemand noch mal ein paar Fragen gehabt. Da bin ich noch mal drauf eingegangen. Ansonsten, ich will euch einfach mal ganz kurz zeigen, welche Tools ich noch weiter nutze, um mir sowas zusammenzustellen. Und zwar, ihr könnt auf die Seite JustETF gehen. Und auf der Seite von JustETF habt ihr die Möglichkeit, nach verschiedenen ETFs zu suchen und zu gucken, wie sie performt haben und so weiter. Jetzt zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel auch nicht wisst, was der Nasdaq ist, also Nasdaq 100, da könnt ihr zum Beispiel danach suchen und gucken, okay, bildet die 100 größten Aktientitel der US-Technologiebörse ab. Und dann habt ihr hier 108 ETFs und die kann man untereinander vergleichen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen uns den Core MSCI World ETF und ich zeige euch einfach ein Beispiel, wie ich das Ganze machen würde. Ihr könnt hier diese Nummer einfach rauskopieren. Dann geht ihr auf JustETF, ETF suchen, hier oben eingeben und da kommt ihr schon auf den ETF. So, wenn ihr da drauf klickt, habt ihr hier sehr, sehr viele Infos. Und zwar, ihr könnt euch anschauen, was ist das für eine Replikationsmethode? Zum Beispiel physisch optimiertes Sampling, Rechtsstruktur, ETF, Strategie, das ist das, was die halt im Endeffekt auch vorschlagen, in welcher Währung das Ganze gehandelt wird, wie stark die Volatilität ist und zum Beispiel, ob er ausschütten oder thesaurierend ist, wo das Fondimitzil ist und guck. Das könnt ihr alles hier nachgucken. So, zusätzlich habt ihr hier den Verlauf über ein Jahr. Also zum Beispiel könnt ihr das anschauen, könnt ihr einen Euro oder US-Dollar oder was auch immer ihr wollt anstellen. Ihr könnt schauen, wie die Kursentwicklung über drei Jahre war, über sechs Monate, drei Monate und Co. Und ganz spannend ist vielleicht für euch auch, dass ihr sehen könnt, wo kann man diesen ETF umsonst besparen und zwar am günstigsten zu einer gewissen Sparrate. Zum Beispiel bei 25 Euro, bei 50 Euro, bei 100 Euro. Das ändert sich immer weiter. Ihr könnt zum Beispiel hier unten sehen, kommt direkt, hat einen bestimmten Prozentsatz, den sie immer berechnen. Wenn ihr ein ETF bespart und sagen, bei 25 Euro sind das 38 Cent Gebühr, dann 63 Cent, 100 Euro. Könnt ihr sehen, lohnt sich nicht mehr. Da wäre der Smart Broker zum Beispiel jetzt wieder günstiger. Könnt ihr euch auch alle Angebote anschauen. Ist auch DKB zum Beispiel dabei. Ist auch ein ganz guter Broker, den ich selber nutze. Der ist eher ab höheren Beträgen, wird er wirklich interessant, weil er eben immer einen bestimmten Prozentsatz, eine bestimmte Gebühr berechnet von 1,50 Euro. Und je mehr Geld ihr monatlich bespart, desto günstiger wird es dementsprechend. Aber aktuell zum Beispiel jetzt Trade Republic ist der Broker, den ich nutze. Ganz wichtig, ihr könnt entweder hier unten so ein Factsheet runterladen oder gleich hier oben. Also wenn ihr auf den ETF kommt, könnt ihr hier auf Factsheet drücken und hier kriegt ihr dann genauere Infos. Das ist wichtig, sich das anzuschauen, wenn man sich eine Strategie überlegt und einfach mal anzugucken, okay, woraus besteht das Ganze? Welche Anlageklasse ist es? Welche Währung ist es? Wo sitzt das Ganze? Wie war der Verlauf über die letzten Jahre? Und Co. Jetzt hier zum Beispiel die Aufteilung nach Region. Ihr seht, Vereinigte Staaten, 67%. Das Ganze ist ein Großteil, ist zum Beispiel in der IT-Branche ein 13% sind eher Financials. Und so könnt ihr das euch zusammenstellen, je nachdem, wie eure Strategie ist. Ganz wichtig finde ich zusätzlich, sich anzugucken, die sogenannte TD, Tracking Difference. Jetzt nehmen wir uns mal nochmal hier die Nummer raus von dem ETF und gehen auf die Seite von Tracking Difference. Die Tracking Difference beschreibt, wie stark der Kurs von dem ETF, der den Originalindex abbilden soll, abweicht. Und dadurch entstehen gewisse Kosten. Wenn ihr das Ganze underperformt, also den Originalindex, dann verliert ihr quasi Geld. Also ihr habt einen gewissen Verlust dadurch. Und wenn ihr das Ganze zum Beispiel overperformt, dann habt ihr ein eher nochmal Gewinn zusätzlich. Und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, dass das Ganze, die TD, bei 0,09 lag. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Rate. Und ihr könnt euch zum Beispiel hier das Ganze auch nochmal anschauen, im Vergleich, was es nochmal im Vergleich gibt. Tracking Difference jetzt noch im Verhältnis zu den anderen ETFs. Also gut. X-Tracker zum Beispiel. Der hat sogar besser performt als der eigentliche Index. Ihr müsst halt einfach noch mitbedenken, wo ihr das Ganze besparen. Und manche kosten halt einfach Geld. Das kann man dann durchrechnen, was sich am Ende mehr lohnt. Ich war mit 0,09% durchaus zufrieden. Und deshalb habe ich zu diesem ETF gegriffen. Ich wollte auch einen Thesaurierer. Es ist immer, man muss mehrere Faktoren mitbedenken. Also man kann sich nicht nur nach der TD, nach der Tracking Difference richten, sondern man muss auch gucken, okay, wie ist das Ganze dann über die letzten Jahre gelaufen. Und ihr seht vor allem, das ist ein sehr, sehr junger ETF. 2010, das sind 10 Jahre. Das ist im Verhältnis noch nicht so alt. Und da könnt ihr sehen, okay, 0,8, 0,4, 0,3 und dann performt ihr hier sogar besser als der eigentliche Index. Und genau, das könnt ihr für mehrere ETFs auf diese Weise durchspielen. Also wir können uns zum Beispiel auch den Eurostoxx mal anschauen. mal kurz warten, dass die Internetverbindung aufgreift. Okay, den findet er gerade nicht. Nochmal ETF finden. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Und da könnt ihr zum Beispiel sehen, jetzt in dem Fall ist es so, dass die TD negativ ist. Das heißt, der ETF selbst hat besser performt als der Index. Und da könnt ihr auch wieder über die ganzen Jahre sehen, der ist schon seit 2008 das Ganze hier getrackt, könnt ihr sehen, wie gut der ETF im Verhältnis zum Index performt hat und könnt auch nochmal angucken, was gibt es noch für andere ähnliche ETFs, die den Eurostoxx abbilden. So, wenn ihr euch für das Thema Aktien interessiert und euch darum kümmern wollt, um eure finanzielle Bildung, dann kann ich euch ein paar Bücher empfehlen, die werde ich auch unter dem Video verlinken, aber es sind so die Bücher, die ich persönlich gelesen habe. Und jetzt mal, ich habe hier auch extra einen Artikel geschrieben zum Thema Anfänger, also welche Bücher ich als Anfänger benutzen würde für die finanzielle Bildung und insgesamt, was ich selbst genommen habe, ist zum Beispiel der rationale Kapitalist von Kolja Barkon, das gibt es als Hörbuch zum Beispiel, das ist eine sehr gute Sache, da geht es darum, dass man richtig schnell durchstartet, dann souverän investieren mit Aktien, Fonds und ETFs und souverän investieren für Einsteiger, das mal ganz, ganz schnell durchgegangen, ich werde jetzt nicht genau auf die Bücher eingehen, das ist ein etwas umfassendes Buch, aber etwas, wo ich sage, ein Medizinstudent oder ein angehender Medizinstudent oder ein Arzt, kann das durchaus bewältigen, das ist keine große Sache und da hat man wirklich die alle notwendigsten Infos drin, wenn ihr sagt, okay, ich habe keinen Bock, jetzt so viel Zeit zu investieren, ich will das einfach mal schnell was aufsetzen, es muss nicht besonders kompliziert und schwierig sein, also Aktienanlage ist nicht schwierig, man muss sich einfach mal ein paar Tage Zeit nehmen, das Ganze aufsetzen und dann läuft die ganze Geschichte und ihr könnt hier zum Beispiel souverän investieren für einsteigen, das ist etwas komprimiert, da geht Gerd Komma nicht so ins Detail und auf diese Weise könnt ihr euch dann eher schnell informieren und euch angucken, wie ihr zum Beispiel starten könnt. Ich werde in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal ein Video dazu machen, wie ich das Ganze selbst beginnen würde, wenn ich bei Null starten würde. Ansonsten, ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen, ich hoffe, das Video hat euch etwas Input gebracht, sodass ihr jetzt ein bisschen mehr zu diesem Thema wisst und vielleicht wisst, wo ihr anfangen könnt, um euch zu informieren und euch um eure eigenen Finanzen zu kümmern, damit ihr auch langfristig selbst von der finanziellen Freiheit profitieren könnt. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten drunter, schreibt mir auch unten drunter, wie ihr das Format findet, ob ich noch mehr von diesen Videos machen soll und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ciao!